In diesem Video sehen Sie die Kanalbelegung der Funkprogrammschaltuhr TELIS 6 Kronis S RTS. Die TELIS 6 Kronis S RTS verfügt auf der Vorderseite über folgende Tasten. Die Wahltaste am Display, zwei Navigationstasten links-rechts und die Bedienelemente Auf-, Mai- und Abtaste. Auf der Rückseite befindet sich die eingelassene Programmiertaste. Hinweis! Die TELIS 6 Kronis S RTS Funkprogrammschaltuhr verfügt über sechs Kanäle zur Einzel- oder Gruppenbedienung. Wenn das Display nicht eingeschaltet ist, aktivieren Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste. Mit den Navigationstasten können Sie die einzelnen Kanäle anwählen. Hinweis! Sie können einen Kanal als Einzel- oder Gruppenbedienung mit beliebig vielen Anwendungen programmieren. Es empfiehlt sich, die Anwendungen nach Produktgruppen zu sortieren. Sie können jedem Kanal einen Namen oder eine Abkürzung geben. Lernen Sie nun, wie in unserem Beispiel gezeigt, einen Rollladen ein. Drücken Sie im gewünschten Kanal, solange die Wahltaste bis SET und die Zeichenfelder oben im Display zu sehen sind. Das erste Buchstabenfeld blinkt bereits. Drücken Sie kurz erneut die Wahltaste, um das erste Zeichenfeld auszuwählen. Mit der rechten oder linken Navi-Taste können Sie die einzelnen Buchstaben oder Zahlen aufrufen. Den Buchstaben, den Sie auswählen möchten, bestätigen Sie mit einem kurzen Druck auf die Wahltaste und es beginnt automatisch das zweite Zeichenfeld zu blinken. Wenn Sie auch dieses Zeichenfeld bearbeiten möchten, bestätigen Sie erneut durch kurzes Drücken der Wahltaste. Danach wählen Sie einen weiteren Buchstaben aus. Verfahren Sie so lange nach diesem Prinzip, bis Sie den kompletten Namen eingegeben haben. Insgesamt können Sie fünf Buchstaben oder Zahlen vergeben. Wenn Sie den Namen fertig geschrieben haben, speichern Sie die Namensvergabe durch langes Drücken der Wahltaste ab. Hinweis Der Rollladenantrieb ist bereits mit einem Funksender verknüpft. Fahren Sie den Rollladen in eine Position, in der Sie das Winken gut sehen können. Treffen Sie auf der TELIS 6 Kronis SRTS Ihre Kanalauswahl. Setzen Sie den Rollladen mit der bereits eingelernten Fernbedienung durch Drücken der PROC-Taste in Lernbereitschaft. Er quittiert mit einem Winken. Drücken Sie nun kurz die PROC-Taste an der TELIS Kronis. Der Rollladen bestätigt den Einlernvorgang mit einem erneuten Winken und ist jetzt auf der TELIS 6 Kronis SRTS eingelernt. Testen Sie die Kanalbelegung nach der Programmierung immer durch eine Testfahrt mit dem eingelernten Produkt. Um weitere Kanäle zu benennen und die entsprechenden Produkte hinzuzufügen, verfahren Sie nach dem zuvor gezeigten Prinzip. Hinweis Wird eine Jalousie oder ein RAF-Store hinzugefügt, können Sie den Bedienmodus für diesen Kanal ändern. EU-Mode Kurzdrücken für die Lamellenwendung, lange Drücken für die Auf- oder Abbewegung im Selbsthalt. US-Mode, kurzdrücken für die Auf- oder Abbewegung im Selbsthalt, lange Drücken für die Lamellenwendung. Um den Modus zu ändern, muss sich der TELIS 6 Kronis SRTS im manuellen Betrieb befinden. Sollte der Automatikbetrieb aktiviert sein, drücken Sie kurz die Wahltaste, um in den manuellen Betrieb zu wechseln. Die Wahltaste so lange gedrückt halten, bis oben links Mode erscheint. Der aktive Modus für den ausgewählten Kanal blinkt in der Mitte des Displays. Mit den Navigationstasten wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus und speichern ihn durch kurzes Drücken der Wahltaste ab. Nach der Umstellung können Sie durch kurzes Tippen der Auf- oder Abtaste die Lamelle in kleinen Schritten wenden. Langes Drücken der Auf- oder Abtaste lässt die Jalousie im Selbsthalt fahren.